Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Runde Besuche in Clash of Clans. Ich habe mir wieder ein paar Leute rausgepickt, die ich besuchen werde. Aber ich habe eine kleine Idee für die nächsten Besuche. Es sind ja irgendwie jetzt noch 40 Minuten oder 50 Minuten offen. Und wir werden heute, denke ich mal, auch wieder 10 machen, weil ich wieder mal nachher noch weg muss und da ein paar Termine noch habe und deswegen noch nicht so lange machen kann. Aber den restlichen holen wir dann auf jeden Fall noch nach. Für die nächste Episode habe ich mir aber was überlegt. Und zwar soll es nicht einfach mal random sein, sondern ihr müsst ein bisschen was dafür tun. Und zwar dachte ich mir, komm, lass jeden einfach mal einen kleinen Witz in die Kommentare schreiben plus sein Kürzel. Und ja, die Witze mit den meisten Likes, ich denke mal so 10, 15, mal gucken wie viel wir schaffen. Die mit den meisten Likes am Ende, die werde ich dann besuchen. Ich hoffe natürlich auf die Fairness, dass die Leute, die schon dran waren, nicht unbedingt noch dran kommen. Ihr könnt aber ja selber darauf achten, indem ihr Kommentare von Leuten, die schon dran waren, nicht unbedingt liked. Dementsprechend müsste das eigentlich theoretisch sogar ganz gut umsetzbar sein, weil ihr da so ein bisschen selber mitentscheiden könnt. Und ich hoffe, dass das funktioniert, aber ja, wir werden es einfach testen. Und jetzt werden wir schon mal reingehen, würde ich sagen, habe ich eigentlich hier keine Musik an? Doch, aber da hört man gar nichts. Ich höre keine Musik, ich weiß nicht, hört ihr Musik? Nein, man hört die Soundeffekte, aber das war es dann auch. Naja, egal, so, ich suche mir jetzt den ersten raus und werde dann mal starten. Wie gesagt, für die nächsten Besuche bitte. Einen kleinen Witz, es reicht auch irgendwas, ja, keine Ahnung, es muss halt witzig sein. Und dann schreibt ihr es in die Kommentare und die mit den meisten Likes werden dann besucht. Und ich werde schon aber gucken, dass das Witze sind. Das heißt, irgendwelche Fake-Kommentare oder so, die dann viele Likes haben, werde ich natürlich dann auslassen. Russisch Brot, hasta la vista. Er hat geschrieben, dass er letztes Mal irgendwie nicht gefunden werden konnte. Jetzt ist er gefunden worden, meistert Level 5. Herzlich willkommen im Video. Der nächste ist dran und zwar Snoxon oder so. Ich kann es nicht genau entziffern. Ah, ungültige Spielerkürzel. Ja, Kollege, er hat extra geschrieben. Hoffen wir, dir die Strafung gefällt. Hier besuchen wir mal meine beiden Dörfer. Ja, mein Freund, es geht leider nicht. Es geht leider nicht. Hat er vielleicht einen Klangkürzel geschrieben? Ich werde es mal testen. Nee, leider nicht. Leider nicht. Oh, ich muss mal ganz kurz. Ich musste mal kurz niesen. So, der nächste. Wir gehen zum nächsten, wir gehen zum nächsten, wir gehen zum nächsten. Ah ja, das Übliche. Och ja, guck an. Also, es scheint echt so ein kleiner Fun-Gag oder Running-Gag geworden zu sein, uns hier zu trollen. Was aber, ja, wie gesagt, ich habe es gestern schon gesagt, nicht uns schadet, sondern eher den Leuten, die gerne drankommen wollen, ja. Es werden immer mehr Fake-Dinger gepostet. Ich kann es halt leider nicht, es tut mir furchtbar leid für euch, wie gesagt, ich kann es nicht rausschneiden, weil dann haben wir nur noch so ein abgehacktes Video von gar nichts mehr. Ja, jetzt schreibt hier jemand, du Wichser, ich bewerbe mich schon seit drei Folgen, bin immer noch nicht dran gekommen, was das lan? Ja, Kollege, kannst du rechnen, dann guck die Anzahl von Kommentaren an und guck die Anzahl der Leute an, die drankommen. Dann weißt du, was das ist lan. So, wir nehmen den nächsten und das ist The Gamer 185 Einhorn-Power. Oh, geiler Name, geiler Klarname, er geht gerade auf sechs oder zeigt er an, was schon gebaut wird, ich weiß gar nicht, ne. Hat das schon recht ordentlich hier, er möchte, ne, dieses Dorf nur, okay, ich dachte, jetzt kommt wieder jemand, der beide Dörfer haben will. Das hatten wir noch nicht, ich werde es aber, wenn es jetzt jemand schreibt, machen. Ach ja, mal guck an, wieder ein ungültiges Kürzel. Also, gut, gegen die Verarsche können wir natürlich jetzt nichts machen. Ich kann halt da jetzt immer nur versuchen, die neuen Leute zu suchen. Aber man ist halt, wenn da jemand einfach irgendwelche Buchschaben reinschreibt, natürlich machtlos. Ich kann es halt nicht vorher schon sehen, man sieht es ja nicht im Links an, ob es fake ist oder nicht gut, manchmal schon. Aber in dem Fall halt nicht und ich werde jetzt einfach mal ein bisschen schauen. Ich gehe jetzt noch mal ein bisschen weiter runter in den Kommentaren, vielleicht gibt es dann ein paar weniger. Ja, wir gucken einfach mal. So, auf jeden Fall, das hier jetzt der Mika von den Milchreis-Bubis. Auch ein sehr interessanter Clan-Name. Er ist die Einhorn-Gang hier, oder wie hießen die Einhorn-Irgendwas? Und jetzt Milchreis-Bubis. Wir suchen den nächsten. Der möchte gerne sein Heimatdorf sehen. Das können wir natürlich gerne machen, besuchen. Ihr könnt es ja nicht in dem Link oben schalten. Zock-LP-Katzen-GmbH. Was ist denn los mit den Clan-Namen? Hier das Heimatdorf, Rathaus Level 9 und ansonsten, ja. Ein paar Mauern fehlen da noch scheinbar, aber gut. Das kann natürlich jeder gerne so machen, wie er möchte. Jetzt jemand, der seinen Freund beworben hat. Da gucken wir natürlich auch mal rein. Falls das nicht auch wieder ein Troll ist, natürlich. Wir wissen es nie, aber wir gucken einfach mal. Paul-Lol-Viking Empire. Wir gehen direkt mal rein. Einmal das Normale. Und er wollte aber, dass ein paar Namen aus dem Clan spezifisch grüßt. Ja, ich kann jetzt ja nicht alle... Mabu, ach guck mal. Hallöchen, er hat uns extra gegrüßt hier. Ja, das ist natürlich schön, dass wir das jetzt im Clan im Video dann so drin haben. Da fehlt noch das EL, aber dafür hat er wahrscheinlich einfach zu wenig Mauern gehabt. Ja, vielen Gruß zurück. Dafür kann ich ihm zumindest, ja, den Gruß erfüllen. Also wie gesagt, Viking Empire. Ach, was habe ich denn hier überhaupt? So. Viking Empire. Viele Grüße an den Clan. Und wir können ja auch noch ein paar... Also was heißt ein paar Namen aus dem Clan spezifisch? Arslan, Wixi, Patrick, Hero, Green, Mdown, Paolo, bla bla bla. Und noch so ein paar andere. Hallo, Marc, ML, Jake, Knalltüte, Momo, Killer. Ich kann jetzt nicht alle vorlesen, das wird ein bisschen sehr langweilig. Aber seid gegrüßt, meine Freunde. So. Ähm. Wir gehen zum nächsten. Und suchen uns den Jan von Germania13 raus. Auch da. Er ist das Nachtdorf. Meistert der vier. Fehlt noch ein bisschen Gemüse, was noch rumsteht. Wird er mit Sicherheit noch abbauen. Und das normale Dorf. Wollte er auch gezeigt haben. Rathaus Level 11. Da ist schon ordentlich was unterwegs. Das sieht recht schick aus. Jemand, der schon scheinbar ein bisschen länger zugegangen ist. So. Jetzt der nächste. Wir gucken wieder. Was der so kann. Und fügen es ein. Jetzt mittlerweile geht es ein bisschen mit dem Einfügen. Ähm. Möchte auch, äh. Beide Dörfer, wenn es geht. Ja, kriegen wir doch mal hin, denke ich. Elbpräsidenten von WarDaddy's Home. Meisterte fünf. Das war das Nachtdorf. Und hier. Das Level 10 Rathaus. In seinem normalen Dörfchen. Auch recht schick. So. Aber leider zerstört. Kannst nichts ändern. Das ist natürlich jetzt blöd. Also ich meine, vom Timing her. Klar, das kann man natürlich dann nicht beeinflussen. Wenn das Dorf halt gerade kaputt ist. Kann ich es dann im Endeffekt nicht ändern. Dann müssen wir es so hinnehmen. Gommel. Von Mittenheit. Sun besuchen wir auch. Er würde auch gerne beide Dörfer sehen. Rathaus. Neun. Normales Dörfchen. Oder Heimatdorf. Und Meisterhütte. Fünf. Nachtdorf. Auch hier schon die Mauern arm machen. So. Und jetzt der letzte. Der. Ne. Noch nicht der letzte. Wir haben noch ein bisschen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich habe mich gerade verguckt. Z. Leo X. Epic. Mistkübi. Ah ja. Alles klar. Das macht Sinn. Einmal Meisterhütte 5. Im Nachtdorf. Hier auch so ein kleines Special Ding gebaut. Um den Barbanschädel. Und ein. Ja. Nicht vorhandenes Heimatdorf. Tut mir leid. Ich hätte es jetzt gezeigt. Aber es ist leider. 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 Zerstört. Nicht so dramatisch. Nehme ich mal an. Oh. Ein ungültiges Kürzel wieder. Ähm. Naja. Dann. Halt. Nichts. Dann nehmen wir den nächsten. Äh. Komm schon. Ja. Jetzt kann der. Jetzt hat er gerade. Quasi. Die Kommentare neu geladen. Und das ist wieder weg. Ich muss jetzt nochmal wieder runterscrollen. Das passiert halt schon mal. Manchmal bei den YouTube Kommentaren. Wenn man da irgendwas Falsches drückt. Ihr kennt das. Dann ist man wieder ganz oben. Und der Rest ist wieder weg. So. Deswegen müssen wir halt einmal schauen. Dass wir irgendwo. Da weitermachen. Wo wir gerade aufgehört haben. Ich weiß es allerdings nicht mehr ganz genau. Deswegen werde ich jetzt einfach nochmal die nächsten suchen. So. Hier. Da geht es weiter. Und. Das ist dann jetzt wirklich der letzte. So. Wir fügen den eben noch ein. Ah. Auch wieder ein ungültiges Kürzel. Gut. Dann nehmen wir den natürlich noch nicht. Ähm. Ähm. Auch. Ja Leute. Master King hasst mich. Ja. Von mir aus. Viel Spaß dabei. Wenn du nichts zu tun hast. Dann. Hass mich bitte. Meinen Segen hast du. Scheiß Dorfbesuche. Schreibt er ja. Es ist ja. Eine Strafe. Heh. Es ist eine Strafe. Ich weiß. Die sind nicht sonderlich spannend. Für die die nicht drankommen. Aber das habe ich ja alles schon erzählt. Äh. Rathaus 9. Nachtdorf. Dragon. German Fighters. Und. Meisterhütte 5. Habe ich gerade Nachtdorf gesagt? Ich meine Heimatdorf. Aber Meisterhütte 5 im Nachtdorf. So. Ja. Damit würde ich sagen. Sind wir vor dir durch. Wir können ja zum. Zu Feier des Tages. Nochmal einen Kampf machen. Während ich euch nochmal kurz erkläre. Also. Bitte schreibt einen Witz in die Kommentare. Der. Dann. Von anderen. Mit den Likes. Halt dementsprechend. Bewertet werden soll. Und. Ihr könnt dann. Quasi mit euren Likes. Dafür sorgen. Dass. Derjenige. Ähm. Ja. Was reißen kann. Und drankommt. Mit seinen. Mit den Besuchen. Also. Dann schreibt bitte. Einfach. Die. Dings in die Kommentare. Wie kann ich denn jetzt hier? Mhm. Schreibt einen Witz in die Kommentare. Und die mit den meisten Likes. Werden besucht. Jetzt müsste ich mal. Wie komme ich denn? Ich muss diesen. Brutzler da wegkriegen. Und dann da das Ding mit Riesen besetzen. Und dann kann ich mit denen. So. Also. Vielleicht klappt das. Ja. Okay. Das war schon mal. Zack. Noch was? Nein. Okay. Jetzt geht's los. Können wir hier. Außen den noch ein hinsetzen. Und hoffen. Dass da jetzt was funktioniert. Ja. Ich hab halt. Oh ja. Der ist natürlich jetzt schön aufs Lauf. Auf die Dingsfalle geflogen. Das ist natürlich nicht so schön. Okay. Das geht jetzt voll in die Hose. Ja. Ich hab das mit. Also. Momentan funktioniert das mit den Angriffen nicht so gut. Zwischendurch ging's echt gut. Da hab ich. Viele. Viele Kämpfe gewonnen. Momentan. Die Truppen einfach glaube ich noch nicht so gut. Weil ich echt noch ein bisschen forschen muss. Einfach mal für die. Für. Das ist Rathaus Level. Deswegen komm. Wir gehen jetzt auf. Lassen uns durchlaufen. Werden wir eh nicht gewinnen. Seitdem der Gegner hat noch weniger. Nein. Der läuft noch. Okay. Dann gewinnen wir nicht. Ist aber nicht so dramatisch. Wie gesagt. Ich muss hier noch alles forschen. Dementsprechend. Momentan. Einfach noch nichts los. Was die Kämpfe angeht. Ist aber nicht so schlimm. Wir werden das noch machen. Und damit sind wir jetzt erstmal durch für heute. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Daumen nach oben. Wenn es euch gefallen hat. Bis dahin. Macht's gut. Und tschüss. Tschüss.